Hey Leute, willkommen zurück zu Replay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps & Tricks. Hier in dem Video geht es darum, wie ihr die Farbe von eurem BMX Bike, das da hinten, wie ihr die Farbe umändern könnt in acht verschiedene andere Farben. Das geht ja normalerweise nicht. Wenn ihr das bestellt, kriegt ihr mal so eine random Zufallsfarbe geliefert. Es geht leider nur mit dem BMX Bike. Ich habe es ausprobiert und es geht halt eben nicht mit dem Scorcher Mountain Bike und auch nicht mit dem Cruiser Bike. Leider. Anyways, bevor es losgeht, bevor ich euch den Glitch jetzt zeige, kurz was Organisatorisches. Ich werde die Facecam nur dann einbauen, wenn ich so kurze Glitch Videos mache, also 3-4 Minuten wie das hier zum Beispiel. Bei den anderen Videos, da nehme ich meistens immer so über 30 Minuten auf und alle Canon-Besitzer kennen es vielleicht. Die Canon, die ich hier habe, die Canon IS-70D, die nimmt nur um die 30 Minuten auf und dann hört die auf. Dann muss ich wieder Neuaufnahmen drücken. Das ist voll scheiße, Alter. Dafür, ich meine, die macht eine gute Qualität, aber wie gesagt, die Facecam halt nur bei kurzen Videos, wie dem hier, die solchen Glitch Videos. Und dann auch noch was kurz zu diesem Oberkörper-Glitch. Der geht immer noch, weil manche schreiben, der ist gepatcht. Nope, der geht immer noch. Ja, hier diesen unsichtbaren Oberkörper-Glitch, den ich vor ein paar Tagen hochgeladen habe. Jedenfalls, wie geht jetzt dieser Einfärben-Glitch vom BMX. Ihr geht erstmal auf die Website bei Reisen und Transport, die Fahrrad-Website, PaddleAndMetalPentAmCycles.com. Dann geht ihr auf das BMX. Wie gesagt, geht nur mit dem BMX, was ich so getestet habe. Geht leider nicht mit dem Cruiser und dem Scorcher. Ihr geht es nämlich, anstatt bestellen, geht ihr auf das Haus hier oben, klickt hier drauf, dann seid ihr wieder in der Übersicht und geht dann auf Legendary Motorsport und scrollt dann so ein bisschen runter, bis ihr den Z-Type findet. Den TrueFade Z-Type. Den hier, ja. Das ist das einzige Auto, mit dem der Glitch jetzt noch funktioniert. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zu dem, ich glaube, BMX-Bikes einfärben oder so. Die alte Methode wurde aber leider gepatcht. Jetzt geht es wirklich nur noch mit dem Z-Type. Darum jetzt das neue Video. Dann wählt ihr euch hier irgendeine Farbe aus, in der ihr zum Beispiel das BMX-Bike haben wollt. Nehmen wir mal zum Beispiel Rot. So ein schönes Beplay Oldschool-Rot, ja. Und dann geht natürlich nicht auf bestellen. Ihr geht jetzt hier auf die Uhr. Und schaut auf pantamcycles.com, Bike Details 3. Das ist das BMX-Bike. Geht da wieder drauf und habt ihr wieder das BMX-Bike. Und jetzt bestellt ihr das BMX-Bike und wählt natürlich die Garage aus, logischerweise. Und solltet es dann mit der Farbe bekommen, die ihr hier ausgewählt habt. Das ist in dem Fall Rot gewesen. Ich mache mal kurz einen Cut. Das dauert jetzt ein bisschen, bis ich das geliefert bekomme. Bis gleich. Wow, geil. Da ist mein BMX-Bike. Ist gerade angekommen. In dieser wunderschönen roten Farbe, wie ich es mir ausgewählt hatte. Vorher hatte ich es mir in Pink bestellt. Ihr könnt es da sehen, hier rechts daneben. Und wie gesagt, funktioniert super einfach. Funktioniert solo. Ihr braucht keinen Kumpel dafür. Bei Patch. Was haben wir jetzt? 1.35. Das ist die Möglichkeit, wie ihr noch eure BMX-Fahrräder umfärben, einfärben könnt. Verschiedene Farben dafür auswählen könnt. So, das war es hier mit dem Video. Wer noch einen gemoddeten Account braucht, kann mal in die Videobeschreibung schauen. Da habe ich wieder die Bestellseite und die Facebook-Seite von meinem Modder-Team Extreme Modding verlinkt. Und jo, danke fürs Zuschauen jetzt. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Bis dann. Peace out. Bye, bye. Ciao, ciao.